Ja, meint er jetzt hier da, weil er hier die Prüfung gemacht hat, ja, er wird Schungelkönig hier, der Bachelor hier, oder was, ja? Ja, du, mit so einer blöden Prüfung da hier Penis montiert, du, weißt du, ja? Ja, ich glaube, es geht los, ja, so schnell wird er nicht Schungelkönig hier, das sag ich dir hier, so schnell nicht hier. Ja, dann muss er noch ein paar Prüfungen mehr machen, dann muss er noch ein paar Male fressen und so weiter her, und ein paar Ratte hier, und im Schleim, und da auch er hier. Aber nur hier mit Penis im Mund hier Prüfung, hier Zungelkönig, wird das nix hier, mein Freund hier, bis dann hier, macht's gut, ihr Leute.